Yo Leute, Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Trouble in Terrorist Town. Mit dabei natürlich mit dem kleinen Hänger, der Squall. Hallo. Moitify. Hallo. Munchkin. Guten Abend. Okay, Sascha. Moinzehn. Und Flike. Hallöchen. Damit ist die Runde eröffnet, da ich keinen weiteren vergessen habe. Was? 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 Was ist los? Du bist eigentlich schon tot, Sascha, bei mir. Bei mir bist du auch schon tot. Jedenfalls gleich, ich such dich immer noch. Vielleicht haben sich die Trades wahrscheinlich gerade verraten. Such mich noch, dann kann ich mir jetzt von hinten weg schießen. Weiß ich nicht, warum? Was kommt das gerade? Jalalalalalalala. Lass mich doch hier durch. Lass mich doch hier durch. Lass mich doch hier durch. Mein Gott. Lass mich mal rausgehen. Oh Gott, Flike. Flike bei mir. Okay, man kriegt keinen Schaden, wenn man ins Wasser trinkt. Aber man backt sich im Boden. Snack, Snack, Snack. Snack, Snack. Snack, Snack. Mehrere Snacks. Snack, Snack, Snack. Snack, 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 Snack. Mach keine Scheiße, Sascha. Das ist ein bisschen buggy, hab ich auch das Gefühl, das Wasser. Der da oben, der Flike ist Trader. Der Flike ist Trader. Der brennt schön, der zieht ne Rauchwolke hinter sich. Ich tausche ne Rival gegen Rival. Hä? Supertausch oder nicht? So weg mit ihr Trader so, hä? Sascha ist... Sascha ist bescht. Und er hat mit drauf geschossen. In der Tat. Dann dürften sie jetzt nur noch Stevie oder Munchkin sein, ne? Dann machen wir einfach mal. Hä, wir sind okay. Also nur Stevie und ich. Martin ist auch noch da. Also, ja, ich hab die Incendiary abgeklickt. Ja, vielleicht war das ein Plan. Okay. Dann muss es Mighty sein, weil ich habe gerade Stevie gemacht und er ist genug. Genau. Und darum bleibt man ganz stark, dass du es jetzt bist. Alles klar. Komm mal her, Munchkin. Komm mal her. Oh Gott, ich komm nicht hoch. Komm mal her. Aber du hast ein Double Barrel. Munchie, leg dich nicht mit jemand anderem, dass ein Alper hat. Oh, der hat ein Klo. Moment. Ist Munchkin tot? Nein. Aber gleich. Wenn er noch einen Schritt... Ja, da, komm. Du isch. LOL. Der hat noch einen HP oder so. Der ist tot. Okay, dann. Das kann nicht sein. Scroll bist du... Nee, du hast... Hey, ich habe ihn getötet. Vielleicht kann er doch wohl nicht hin. Boah, Martin. Boah. Boah. Hat Stevie etwa einen Deathringer? Nein, Stevie hat hundertprozentig... Oder? Wo ist Stevie irgendwie? Ist Stevie jetzt oder nicht? Da ist er bei mir. Ich habe ihn weggemacht. Leute, er hat schon wieder einen. Hilfe. Hilfe zu Hilfe. Wo bist du denn? Wie, wieso nicht? Ich sehe einen Deathringer. Ich sehe einen Deathringer. Bei mir. Bei mir. Hier um die Ecke. Du musst immer gucken. Ja, ich guck. Ja. Vielleicht ist er in den T-Raum. Der ist in den T-Raum rein. Der ist in den T-Raum rein. Da ist er. Oh, er doch nicht. Muss man schnell redonen. WTF? Verhalten nochmal. Oh, das war schön gedacht. An mir hat mein... Steve... Ihr durft euch duellieren. Steve, ich stehe vor mir. Ich gebe ihm einen Headshot mit der Schrotze. Und er dachte, okay, das war's. Das war keine Aktion, deswegen hab ich nichts mehr gesagt. Und guck, die Leiche verschwindet noch unter deinen Augen und du sagst nichts. Ich hab's nicht gesehen. Oh, Manchi, du hast mir jetzt fette Minuspunkte eingehalten. Ja, das hast du gut gemacht, Manchi. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht bin. Aber ich hab doch mit Absicht nichts gesagt, was dem Manchi davon auskriegt, dass er mir gekillt. Ich hab, Manchi stand da drin, ich hab nur sein Köpfchen gesehen und hab ihm dann einen geklickt. Ich hab' mit dir so... Ich pack den Eckmaare. Einfach mal schnell. Das ist doch geiler. Sascha, du fliegst gerade. Ich bin mal schnell. Ich bin mal schnell. Du nutzt den Deadringer zu benutzen, ganz ehrlich. Oh, okay. Mann, Mann, dieser Deadringer, der macht uns echt ein bisschen crazy, man. Aber trotzdem hat's die wie richtig scheiße geschossen. Aber es ist echt, wenn du dann auch nicht mal was sagst. Das war lustig. Kann mal bitte hier... Ich drück den mit der Schrott sein Händler und dachte mir, okay, er ist tot. Putain, dachte ich ja extra nichts mehr dabei, hab ich da kurz noch in der Leiche festgepackt. Das war ein bisschen blöd. Was ist der Raum hier? Da war er doch schon vielleicht? Den kannst du einschlagen. Da ist ein Diffuser drin, was auch immer der bringt. Ich weiß gar nicht mal, wo ihr gerade seid. Ist eigentlich ein T-Tester auf der Lampe? Ja, geht's. Ich weiß nur nicht genau, wo und wie er funktioniert. Aber den, die nutzen, glaube ich, weiß man nicht, wo der wirklich ist. Doch, ja, genau da. Da ist er irgendwo. Äh, Malti. Hier irgendwo ist der Schuss C-Tester. Ja, hier. Ist aber auch wieder so ein Ding. Da müssen sich, glaube ich, zwei oder drei Leute reinstellen. Und, ähm... Der, wo überlebt ist. Tische Kammer hier? Ja, genau. Also, irgendwie läuft das so. Ja, ja, ich glaub dem nicht. Oha! Kein Traitor-Tester, sondern eine Traitor-Falle. Das bringt dir bei der Menge von Spielern eh nichts. Was sich drei Leute reinstellen müssten. Und wenn die Dichter gleich leuchten, dann, ähm... Wer hat mich gerade angeschossen? Also, jedenfalls ist es auch... Ja, dann schmeißt du eine Granate rein, dann ist Ruhe. Ja, dann hast du mich schon wieder mal angeschossen. Ja, wenn die Dichter alle gleich leuchten, dann, ähm... Ich hab 25 Damage bekommen, dann, ähm... Das sind alle drei, so nach dem Motto. Keine Ahnung. Ich bin ja mitten in der City, mein Freund. Oh, warte jetzt. Ja, manche sieht mich geil. Und auch, äh... Warum seid ihr beide hurt? Ich schrotze mit. Wie, ich bin nicht hurt. Wart. Autsch. Leute, die laufen alle hinter mir her. Äh, Mighty. Du musst mir Deckung geben. Jetzt hab ich in meine eigene Insta reingedacht. Komm her, Scroll, Alter. Wenn ich mal frage ich mich schon was. Was hast du denn für ein Problem für wieder Sascha? Oh, ja, ja, ja. Alter, hörst du wohl? Lauf mit dem Scheiß. Lauf mit dem so nicht hinterher. What the fuck, Alter. Scroll. Alter, du schießt mich auf 30 runter. Was? Ne, ne, ne. Ich hab nur einen Schuss verwenden. Ja, und ich hab noch 29 HP. Ich hab dir gesagt, ich hatte 75. Ja, das ist ja nicht mal ein Problem, oder? Achso. Töte ich ihn. Alter. Ne, ne. Ich werd den Kampf leider von mir machen. Geht da jetzt nicht hin. Ich glaub, Scroll ist das sowieso. Ja, ich bin Trailer. Scroll ist das doch immer Sache. Er sagt doch jetzt mal innerlich ein Trailer. Hey, ich bin abgeschossen, ihr Penner. Von wem los? Sascha ist das. What? Sascha. Ach, das ist klar. Deswegen hat er sich so aufgeregt. Ja, ne. Ap. Ah, da liegt er. Ah, bis Stevie hört. Das ist klar. Ich hab doch arm gesagt. Ich hab in meine eigene Insta gelatscht. Ach, manchkin. Ernsthaft. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Der war voll in die Fresse, Alter. Scheiße, ich muss lachen. Das war schön. Das war schön. Das war's, ja. das heißt jetzt überhaupt ganz weit weg wenn mich hier in der gegend auch schade der war ja schon leer schade ich habe die melde noch aus morgens liegen vor ort am feuer das war so ich hatte das auf mich ich hasse ich doch nicht dass jemand gestorben direkt vor meiner fresse direkt vor dem haus wäre es da reingelaufen eine ahnung vom sniper dauer wird angeschossen das ist schon tot krass der matschgen hat mich eben geschossen er ist aber ich bin ein so hard traitor er gibt es auch noch zu ich töte ihn weil ich ihn sehe klick bitte du musst mich auf jeden fall töten tötete mich töte mich tötete mich scroll ja noch einer noch einer ok dann doch halt doch nicht meinst du scroll ist jetzt der letzte fiessegen glaub schon ja btf die frist einen meter von mir weg den headshot mit der schrotflinte und überlebt ja warum warum auch nicht dass ich die glock nicht so schnell rausgekriegt aber ich habe gehört die leiter unterkommt da habe ich gedacht ich drehe mich doch mal kurz um ich hätte einfach den ich hätte einfach den babylauncher ziehen sollen und die damen und natzen sexy was wo wer wann vielleicht wurde weggeschossen das war es kohl gerade der geschossen hat oder ne ne das war ich nicht ich bin immer wotaf ey was ist das coole die Sonne hier naja also bei den Händen mit der Sonne hier kommt die Sonne die Sonne scheit mir raus den Händen ach warte mal mein Auge ich muss das Auge aufs Kopf ich glaub ich glaub Sascha ist gerade im Trailer-Shop gewesen nein mir Jungs wird tatsächlich das Auge ausnahmsweise mal komm ich nehme ich mal mit ausnahmsweise mal ausnahmsweise hab ich mal keine scheiße gewonnen ausnahmsweise mal alles klar da hat jemand ganz schön gefailt und zwar Sascha nein nein Jesus wein' nicht die google wasse oh stevey weino ok aah fack mein Auge juckt immer noch äh ok warte ich geh mit dem kommende Sascha ne du warum häng ich hier verdammt Du Arsch! Du Arsch, du Verdammter! Hey! Hey! Stimmst du mal! Der kann da nicht weg! Scroll, was zum Fick! Du warst Traitor! Alter, Minus 6 Punkte, weiß ich doch nicht alles klar und kam ab von 840. Ja, Scroll! Scroll, auf jeden Fall eine starke Runde. Wieder 70 Punkte vorne, ich sehe schon. 70 Punkte Minus vorne, natürlich, easy! Ich werde aber auch heute nie Traitor hätten, das ist richtig ranzig. Das ist das einzige was ich kann in dem Spiel, Trader sein. Recht, recht. Mach's doch mal gerade. Nein, diesmal mach's nicht! Ich hab das Fenster kaputt geschossen, alles safe. Ja, ganz safe das Fenster, und den Munchkin gleich mitgenommen. Hüpf mal, du fliegst! Was? Wieso? Nein, das ist ein Backfließen manchmal. Das ist ein Lauf-Bug-Animations-Bug. Echt jetzt. Crazy. Ey, der hat mich auf 50% runtergeschossen. Was soll denn das? Ah, war ihn leise in der Tasche. Rolf wurde angehittet oder was? Ja, von irgendjemanden. Irgend so random. Ey, hörst du mal auf bei dem Bullshit. Ich hab dich nicht getroffen. Nein, hast du nicht. Du hast mir zwar nur einen neuen Schaden gemacht, aber trotzdem. Dann hat er dich ja doch getroffen. Ja, hat auch. Ach, da oben steht vielleicht. Aua! Hier oben, der auf dem Dach. Der auf dem Dach. Flag-Sniper. Ich dachte jetzt meine HI hier hoch. Hier, zack. Komm, zack dein Köpfchen nochmal. Das hier kommt jetzt so mega-random, wa? Ein bisschen, aber wie auch so das Gefühl. Alles klar. Habt ihr jetzt ganzer Flagge gekillt? Der hat auf mich geschossen ohne Ende. Ich musste es tun. Es war Notwehr. Ich musste es es tun. Es war es Notwehr. Ja, ja, ja. Aua! Da wurde ich schon mal auf 50 runter geschossen. Irgendein Loop war zu dämlich, um einen Headshot zu setzen. Ich tippe immer auf Scroll. Nein. Ja wahrscheinlich. Nein. Muss auch schon mal lachen. Au! Hörst du auf, du... Alter Mannschchen, du stellst dich echt auch immer an die dümmsten Stellen hin, ey. Klar, Scroll. Ja, Scroll ist zum Abschluss eingegeben. Der hat mich gerade auf 12 runter geschossen, ey. Der hat mich auf 49, also hau ihn weg. Ich hab dich gar nicht abgesa... Abgesoffen, Alter. Ich hab dich gar nicht abgesoffen. Wo zum Teufel bin ich hier? Hä? WTF? Fack. Ist doch gerade irgendwo wer gestorben. Munchkin hat mir einen Innocenten gefunden und getötet höchstwahrscheinlich. Alles klar. Ivi, wenn du hierher kommst, töd ich dich. Ach komm, ihr seid's doch beide. Schluss doch. Ivi ist Traitor. Der wollte grade ein Ding herwerfen, hat aber voll gefailt. Ernsthaft? Ja, du hast voll daneben geworben. Oh, und da ist Munchi. Na, verdammt. Der hat auch gefailt. Du bist ernsthaft kein Traitor, Scrawl? Du, ich bin ernsthaft kein Traitor. Alter. Wo ist denn Stevie? Äh, die sind beide hier in der Stadt drin. Na ja, und zwar. Wo seid ihr, Traitors? Ich hab mich vor dir versteckt. Das ist schön für dich. Deine Zeit läuft auf nicht meine. Oh, da futtert jemand was. Ah, das ist Sascha, den soll ich nicht abknallen. Ja, wo futtert der denn was? Unten wahrscheinlich im Underground. Need for Speed Underground. What? Deine! Warum kommst du zur Wand hin? Ja, bei mir ist Stevie. Wo bist du denn? Außerhalb von der Stadt. Oh, Scrawl. Nein, stimmt doch nicht. LOL! Wow, Sascha, das ist echt ein Noob, oder? Wenn du mir einen Headshot seid, was soll ich denn machen? Geiles, ich hab an der Wand festgepackt. Du hast ja mehrere testen. Hey, du hast doch echt nie nur getötet, ey. Minus 13.700 Karma, der macht ja überhaupt keinen Schaden mehr. Ja, das reicht trotzdem noch für euch alle. Achso. Aber, warum schießt du denn auch auf mich? Richtig random. Ich dachte, da war das noch ein bisschen zu viel Karma. Das hab ich mir gedacht. Dann provozieren wir ihn mal ein bisschen. Damit er in den letzten zwei Runden halt 700 Karma hat. Ist das witzig? Ich find's immer noch witzig, ehrlich gesagt. Was findest du immer noch witzig? Dass du mich wirklich abgeknallt hast. Einfach. Trigger. So, und da ist sofort jemand hier durch. Ey, 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 nein, nein. Aber hinter mir, Negev. What? Ja, und Skorot. Nee, oh mein Gott. Ebenfalls brenne ich selbst. Vielleicht erzähl doch mal, hast du das überlegt? Ach, schade. Leider nicht. Ja. The fuck? Oh lol, hi Martin. Tschüss doch. Easy Runde, Sascha. Auch wenn ich meiner selbst opfern musste, es hat gereicht. Aber Hauptsache, er fackert sich erstmal selber ab. Eigentlich hab ich die Molotow recht weit weg geworfen. Ja, hat mich auch gerade gewundert. Beziehungsweise, ich hab 30 Schaden bekommen. Meistens hört's dann ja auch, wenn du angekratzt ist. Also das war auf jeden Fall jetzt die glorreiche Traitor-Runde von Skoroll. Ja, hat doch gut geklappt, oder? Ich hab zwei Leute relativ viel weggeholt. Ja, hat nur minus 9 anstimmen von minus 16. Ja gell, ich bin jetzt auf minus 9 nur noch anstatt minus 13. So, wer ist diesmal Traitor, du bist Traitor. Ich muss Skoroll anschießen. Was, warum? Ja, damit du wieder auf eine Skama hast. Ist sicher, ist sicher, ja. Wenn ihr mich anschießt, dann seid ihr tot. Das ist euch hoffentlich bewusst. Ja, siehste, darum. Du willst einbindigen, wie viel hast du noch? 751 Gamma? Na komm. Es hat gerade eben auch gereicht, um dich zu töten, Steady. Also ich will ja nichts sagen. Na manchi, hallo Traitor, komm. Na gut, das ist natürlich so ne Sache. Und kleppt der mich ein? Ja, ich... Nur, der ist immer gestorben oben. Glaub, manchi, den war's nicht. Ne, manchi, den war's nicht. Ja, ich höre es nur, weil ich bin hier... Martin, mach nachgang. Martin, mach nachgang. Du laust doch mir wieder entgegen. Geh hoch, Sascha und dann ganz nach rechts. Da ist still. Ich habe sicher, dass Martin das war. Und der war enorm geil. Okay, gut. Noll, da kam Baby angeflogen. Fail, Sascha. Was? Scroll hat ihn umgehauen. Nicht ich. Was? Ich will weg hier. Scroll und Stevie, das gefällt mir nicht. Angst. Warum wird ich denn schon angeschossen? Ich hau ja einfach mal ab. Du kommst die wie hoch zu spielen. Sascha, willst du mal den kurz konfirmen, bitte? Ne, will ich nicht. Ach, dann bist du Traitor. Ne, will ich nicht. Lüge, Lüge, das gibt ne Rübe, he? Scroll, glaubst du kommst du noch auf Plus Karma nach dieser guten Traitor-Runde? Runde? Runde? Das dumme ist nur, ich bin kein Traitor. Ja, glaub ich denn noch, dass du kannst. Da! Aua. Du lernst aber auch nichts, Stevie, hey. Warum schießt du mich? Weil du Trader bist, du alter Hansbewus. Wie hättest du dir Sascha als Interessentlicht-Trader? Ja, hier ist der grüßes Gewiss. Tu es. Ich würd's so gern tun. Ja, Stevie war's. Ey, scroll, dre dich mal mal. Kannst du dich noch umdrehen? Ich stecke ein Zentimeter hinter deinem Kopf, Alter. Echt? Ja. Hey, komm. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut ihr in die Videobeschreibung der... Da hab ich den Satz wieder verkackt. Jedenfalls bis dahin. Ciao. Tschau, tschau. Tschau, tschau.